Hallo vom Impro Hotel auf Mallorca, vom International Impro Hotel auf Mallorca. Wie hilft dir, Spontanität den Arsch hoch zu kriegen? Ja, das ist natürlich relativ schwierig. Also eigentlich geht es dann vor allem um die Spontanität von anderen, weil wir Schweizer selber sind ja eigentlich nicht spontan. Wir brauchen dann eigentlich meistens irgendjemand, der halt Hand nimmt für uns. Nadine, wie verbessert Impro dein Leben? Ich bin ein Freund, ich bin ein Freund, ich bin ein Freund und ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund, ich bin ein Freund. Ich bin ein Freund, das bedeutet, dass ich manchmal nicht gut weiß, was ich muss machen, aber ich bin selbst. Danke! Das hilft, in allem, dass sie sich nicht entspannt und reagieren können, dass sie mit dem anderen, dass sie mit ihnen helfen können, dass sie einfach sein können. Ich habe mich viel besser gemacht, dass ich nicht mehr planiert habe. Ich mache es einfach. Und dann habe ich ein ziemlich tolles Job gemacht, aufgrund der Grunde von mir. Ich bin nicht auf die Spontane. Ich bin nicht auf die Spontane, aber seitdem ich zu improvisieren, ich mache einfach Dinge, die ich nicht erwartet. Wenn du mir jetzt sagen kannst, ich kann einfach raus. Spontaneität. Spontane ist eine Teil der Familie. Ich bin nicht auf, ich bin nicht auf die Spontane. Ich bin nicht auf die Spontane. Du wechselst ein paar Spontane, und du machst viel Geld. Und das ist das wichtig für mich. Das ist all das Geld, der du an Impro macht. Danke. Thanks for asking. In der intro, du kannst du dich selbst überwinden, durch deine Angst zu überwinden. Du stappst über alle Grenzen heen. Das ist es. Danke.